hallo leute und willkommen zurück bei blessed gaming corner mit anno 1800 weiter geht's auf unserer insel ja genau wir haben jetzt mittlerweile die erste expeditions anfrage bekommen hier werden wir auch in kurzer zeit starten aber erst wollte ich noch soweit das ein oder andere schiff hier vom stapel laufen lassen dazu brauchen wir auf jeden fall kanonen daran fehlt im moment noch zehn tonnen das ist noch nicht genug machen wir in der zwischenzeit hier diese abholaufgaben und hier auf der zweiten insel gibt es auch noch einiges zu tun da geht es jetzt nämlich erstmal noch darum genau auf die vollversorgung mit schnaps zu warten das kommt jetzt so nach und nach und dann können wir auch hier schon auf die arbeiter aufwerten können wir eigentlich jetzt schon machen das war ein bisschen zu viel dann geht es nämlich jetzt auch weiter mit der ziegel produktion und auf der ersten insel geht es dann weiter mit schiffsbau in kürze sieht doch schon ganz ordentlich aus hier genau da wir handwerker haben ich weiß nicht ob ich das letzte mal schon gebaut habe gucken wir mal hinten an der küste nein müssten wir hier weitermachen mit der quats produktion genau dass wir dann auch bald schon die ersten fenster produzieren können schleicht ich doch nicht immer so genau erst mal ein bisschen geld kassieren so geht das doch ganz gut ich glaube ich mache aber die expedition doch mit unserem flackschiff fernrohr ausfahren genau dazu brauchen wir jetzt noch ich glaube das einzige mit redegabe wäre bier was wir leider nicht haben das müssen wir dann leider außen vor lassen nehmen wir mal ein bisschen mehl gilt auch als ration und los geht's ab in die neue welt zumindest mal auf die expedition in die neue welt da warten da noch ein paar ereignisse und aufgaben bis wir endgültig dort ankommen in der zwischenzeit müssen wir natürlich hier weitermachen und alles aufrecht erhalten und weiter ausbauen es wird jetzt auch schon komplexer wie ihr seht produktionsketten hier zum beispiel für konserven auf unserer haupt insel gibt es nämlich schon mal keine paprika fruchtbarkeit müssen wir uns dann von einer anderen insel rüberholen zum beispiel von unserer zweiten insel hier soweit läuft alles an sehr gut das sieht doch alles schon mal ganz gut aus so Quarz wird abgebaut das läuft für die fensterproduktion brauchen wir auf jeden fall noch holz das haben wir momentan noch genug aber wird ja auch verbraucht durch die fensterfabrik eine glashütte brauchen wir noch wie wir uns nach dem meer gesehnt haben du begibst dich auf ein abenteuer sei nicht überrascht wenn der alte willy es dir gleich tut genau so läuft das so wie sieht es aus mit jawohl die kanonen sind da jetzt können wir schon mal die erste fregatte bauen und die kanonen sind auch schon wieder leer ja 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 so vielleicht noch ein klein wenig die stadt ausbauen das wäre dann auch gut gut für die bilanz die jetzt gerade im keller ist also ne ja man ja ja es ja blöken und ich das noch irgendwelche Aufgaben, die wir annehmen können oder wollen. Geleitschutz mache ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Vor allem habe ich auch gar kein Schiff. Würde keinen Sinn machen. Einmal die Zeitung. Hopfungslos. Naja, das liegt am Bier. Das fehlt. Können wir das beheben? Ja, sehr gut. Kostet ein wenig Einfluss, aber das können wir uns leisten. So, auch hier schon mal ein bisschen vorbauen. Haben wir es später einfacher. So, wie sieht es hier aus? Glas läuft. Sehr gut. Bloß die Fensterfabriken muss ich jetzt doch irgendwo anders hinbauen. Hier ist alles ziemlich voll. Aber hier ist noch Platz. Oder hier hinten. Nein, das ist die Konservenfabrik. Ich brauche die Fensterfabrik. Genau. Jetzt brauchen wir wieder ein paar Handwerker. Das ist aber auch nicht verkehrt. Mit den ganzen Aufwertungen bekommen wir dann auch eine viel bessere Bilanz. Hm, warum wollen die jetzt nicht direkt aufsteigen? Habe ich irgendwas übersehen? Einfach mal noch einen Moment warten. ... ... ... Mir fällt es gerade nicht ein, was das sein könnte. Okay, das Schiff ist da. So, jetzt kann es weiter gehen. Aber jetzt stimmt die Bilanz wieder. So, hier mal weiter gucken. Die Wurstproduktion, da geht es dann weiter. Da hier auch schon mal im Blueprint die Eisenproduktion angelegt werden kann. Und da brauchen wir auch unbedingt eine Feuerwehr. Ja. Okay. So könnte das aussehen, die Feuerwehr können wir eigentlich schon bauen. Hier brennt es. Ist das hier die nächste Feuerwehr? Ja, sieht so aus. Mal schnell mobilisieren. In der Zwischenzeit hat sich was getan, da können wir auch wieder ein paar Häuser aufwerten. Oder auch nur eins, ich verstehe das gerade nicht. Falls ihr eine Ahnung habt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wenn es euch aufgefallen ist. Mir fällt es gerade nicht auf, was das sein könnte. Ich habe hier 200 Arbeiter-Arbeitskräfte und kann nicht ständig hier auf Handwerker aufwerten. Obwohl es möglich wäre. Ich sehe gerade nicht warum. Alle stehen bereit. So. Expedition. Vampirhafte Verletzungen. Der Pfad durch den Wald war unter dem dichten Unterholz kaum zu erkennen. Als die Mannschaft schließlich aus dem angenehmen Schatten der Bäume in die Sonne tritt, schwillt die Haut einiger Besatzungsmitglieder mit rotem Ausschlag und pochenden Blasen an. Es muss eine wissenschaftliche Erklärung für ihre plötzliche Photophobie geben. Bin ich mal gespannt. Wir können die Ursache für ihre Schmerzen finden und das wollen wir auch machen. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Der Arzt tut die pochenden Blasen als Mückenstiche ab. Versucht einfach euch nicht zu kratzen. Wenn ihr nichts anderes könnt, dann reibt vorsichtig darüber. Mehr müssen wir nicht tun. Doch wenige Stunden später haben sich die Brandblasen auf ihren ganzen Körper ausgebreitet. Sie brechen wimmernd zusammen und können mit ihren unerträglichen Schmerzen keinen Schritt weiter gehen. Das hört sich ja schlimm an. Was machen wir hier? Diagnose noch einmal überdenken oder den Vampirhaften Fluch aufheben. Das wäre mit Glaube und das andere mit Heilkunst zu schaffen. Wir wollen doch mal weiter mit Heilkunst drangehen. Diesmal nimmt der Arzt die Symptome ernst. Es sieht aus wie eine chemische Reizung. Es könnte vielleicht... Der Arzt streift durch die umliegende Flora und findet bald die Ursache. Ein hoher Stängel gekrönt mit einem Schirm aus kleinen weißen Blüten. Riesenbärenklau. Natürlich. Sein Pflanzensaft verursacht phototoxische Reaktionen. Zum Glück ist die Behandlung einfach. Ein kaltes Bad und eine lange Pause im Schatten. Sobald die Wunden gesäubert sind, werden sie vom Arzt behandelt und bandagiert. Die Hilfe kommt jedoch viele Stunden zu spät. Seine Nachlässigkeit wird den bemitleidenswerten Betroffenen für immer durch rote ledrige Narben in Erinnerung bleiben. Also, die armen Besatzungsmitglieder haben jetzt ihr Leben lang Narben. Aber die Fahrt geht weiter. Erste Aufgabe gemeistert in Richtung Neue Welt. Na, kann hier das Feuer eingedämmt werden? Bin ich mal gespannt. Ich habe doch schon die Kräfte mobilisiert. weg obviously hat er als Werk die schmer vers neurologen, Sobaldlane. Such ein Amen. Was für eine Reaktionen ist die Behandlung alleine her? Sobald Steele in der ganzen Welt bestehen, Möchig! Sobald Steele in der Appliquins. Wenn ich sie schducze auf dem Appliquins wird, Naja, so langsam. Genau. Das war jetzt wieder nur ein Haus. Naja, wir nehmen es mal so hin. Ein Haus ist schon zerstört. Kein Problem. Können wir dann gleich wieder aufbauen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Zwei Gebäude sind zerstört. Gar kein Problem. Wird wieder aufgebaut. So, erste Fenster werden produziert. Das ist auch gut. Ich habe so das Gefühl, mit dem Stahl hinken wir so ein bisschen hinterher. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir auch noch Stahl genutzt haben für Gebäude. So, wir können jetzt ein Varieté bauen. Das können wir schon mal platzieren im Blueprint. Das ist für die ganzen Handwerker hier. Ich muss gerade mal gucken. Eigentlich hatte ich die Schule für hier gedacht, aber... Das kann eh noch alles umgebaut werden. Muss ich mal abwarten, wie sich die Stadt noch weiterentwickelt. Genau, erstmal das Varieté hier im Blueprint platziert. Braucht eh 40 Tonnen Stahlträger und 40 Tonnen Fenster. Das dauert noch eine Weile, bis das alles produziert ist. Noch mal kurz über die anderen Güter gucken. Soweit. Alles in Ordnung. Alles stabil. Auf unserer Zweitinsel. Schnaps läuft auch langsam an, aber können wir noch nach und nach ausbauen. Hier geht es dann natürlich weiter mit den nächsten Bedürfnissen, mit Wurst und Brot und natürlich auch Seife. Dann können wir auch schon mal die Schule platzieren. Und... Dass ich es nicht vergesse, die Kirche. Genau so. Eine kleine Lieferaufgabe. Jetzt über den Versuch. Okay, das war jetzt weniger gut, weil wir noch keine laufende Produktion haben von Konserven. Das ist jetzt schlecht. Auf die schneller werden wir das nicht hinkriegen. Blenden wir mal aus. Jetzt konnte ich zwei Häuser aufwerten, aber es geht trotzdem nicht weiter. Naja, es sollte uns erstmal egal sein. Die Produktionen laufen, die Expedition läuft und die Stadt wächst weiter, die zweite Stadt auch. Und in die Expedition gucken wir dann in die nächste Folge rein. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Mach hier mal einen Cut. Und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Euer Placid. Macht's gut. Copy quedar.